Musik 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 Ja, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ihr habt heute eure erste Polenstunde? Ja. Und macht Spaß? Ja. Wollt ihr es noch öfters machen? Ja. Ist es schwierig? Ja, also manche Figuren schon, die anderen nicht. Ich finde es auch ganz schwierig, weil man da so viel Kraft braucht. Ja, oder ich finde zum Beispiel sit on the pole. Sitting on the pole. Und tut manchmal weh oder nicht? Ja, manchmal bei Sitting on the pole zum Beispiel hat das bei meiner Schüttes jetzt so... Wie lange macht ihr denn schon Plydance? Äh, voll lange. Voll lange und macht immer noch Spaß? Ja. Ja, wollt ihr nicht damit aufhören? Wie ist die anderen Ad? Ja. Manchmal streng oder nicht streng? Ich streng, super. Das ist ja ein bisschen mein Besuch. Ich kann das! Okay, aber passt einfach. Okay? Dann streckst du deine Beine. Brennst du deine Puppe an diese? Höher. So kommst du mit der Füße. Genau. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Mit der Füße. Hier. Kommen. Genau. Und jetzt gibst du einen Schwung mit deinen Beinen, egal welche. So dass du an die Stangen kommst. Genau. Genau. Jetzt Yorkspartner. Die Wattestheil. Nice. Oh, yay. Da ist. Soll ich dir helfen? Wattestheil. Yes. Yay. Nein, nein, warte, Lipens. Zeit des Heils. Wow, super. Okay, sehr schön. Yay. Ja! Kaffee! Kaffee! Ein Karten! Ja, was ist das? Okay! Bisschen nach hinten? Bisschen nach hinten! Ja! Ja! Bisschen! Bisschen! Sooo!